Kälb! 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 So und... Ich mach einfach so, ich mach einfach so. Warte, 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 warte! Ach du Scheiße! Ey Bro, meine Eier! Mach meine Arsch! Hey Freunde, heute wieder mal. Bisschen wieder früh in die Arbeit rausgegangen. Gleich wird wieder alles gefügt. Natürlich nur Home. Und ich brauch mal neue Schuhe, Digga. Ich hab immer dieselben Kack Schuhe. Leute, mein Bre Trippie Boysen hat gestern eine EP rausgebracht. Und er ist jetzt auf Platz 6 in iTunes Charts. Wenn ihr ein iPhone habt, gönnt dann bitte diese paar Euros zu Liebe zu mir und gönnt euch, dass der Bruder rauf geht. Bitte! Frage! Wollt ihr wissen, wie Abujulo einen 52cm Bizeps bekommen hat? Und was er dafür tut? Soll er ein Video dazu drehen? Soll er ein Video dazu drehen? Soll er ein Video dazu drehen? Ich spüre mein Bein nicht mehr. Ich spüre mein Bein nicht mehr. Mach, mach, mach! Alles gut, Bob. Wir haben es gleich. Bruder, wir sind jetzt essen. Die ganze Welt ist hier. Der Restaurantbesitzer, Bruder, wollte das Historie machen, das verlinke ich, das mache ich nicht. Ich habe Pietro Skate abgezogen. Moment! Hallo! 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 Ich habe Pietro Skate abgezogen. W.: W.: So. Wir haben 3, 30. Wollten heim. Aber. wir sind tatsächlich jetzt erst fertig dem geht es überhaupt nicht mehr gut